Irgendwo, verborgen im dornigen Brombeke-Strüpp, gibt es ein winziges Königreich von Elfen und Feen. Jeder, der hier lebt, ist klitzeklitzeklein. Ich bin Ben, ein Elf. Und ich bin Prinzessin Holly. Komm Ben, fliegen wir ein Stück. Warte auf uns! Ben und Hollys kleines Königreich. Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Das Königs neues Hobby. Musst du unbedingt stricken. Ich stricke sehr gern. Das ist mein Hobby. Ja, nur warum muss das so fürchterlich laut sein? Ist da jemand ein bisschen grummelig? Ich bin nicht grummelig. Mir ist langweilig. Vielleicht solltest du auch ein Hobby haben, wie Briefmarken sammeln. Was ist das, Briefmarken sammeln? Naja, du sammelst Briefmarken und steckst sie in ein Album. Warum sollte jemand so etwas tun? Wie wäre es denn mit Züge beobachten? Ihr seht euch Züge an und schreibt dann ihre Nummern in ein Buch. Niemand würde freiwillig sowas tun. Oder vielleicht Vögel beobachten. Erzähl mir nicht, dass ich mir Vögel ansehen soll und dann schreibe ich sie in ein Buch. Ja, ungefähr so. Ich liebe Vögel. Bitte versuch es, Daddy. Ähm, gut. Also, wie lege ich los? Ihr braucht ein Fernglas, ein Vogelbeobachterabzeichen und natürlich ein Buch. Willkommen in der schönen Welt der Vogelbeobachtung. Suche Vögel und dann vergleiche sie mit denen in diesem Buch. So sei es. Dann lege ich los. Oh, ein Vogel. Was für ein Vogel siehst du denn da, Daddy? Ähm, es ist ein Rotkehlchen. Ja, ein Rotkehlchen. Und ich habe es beobachtet. Das macht richtig Spaß. Oh, da ist wieder ein Vogel. Wie sieht er denn aus, Daddy? Ähm, er hat einen langen, spitzen Schnabel. Oh, das ist ein Specht. Ein ganz besonderer Vogel. Darf ich jetzt auch mal das Fernglas haben? Ja, Holly. Oh, der Specht landet auf dem großen Elfenbaum. Orangensack, Ben. Ja, bitte, Mami. Oh, oh, oh. Schnell, wir müssen hier raus. Das ist ein Erdbeben. Es ist ein Erdbeben. Es ist ein Erdbeben. Nein, nein, es ist kein Erdbeben. Es ist schlimmer als ein Erdbeben. Es ist ein Scheusal, ein Specht. Oh. Er zerstört unseren Baum. Er hat sich eine Höhle gebaut. Und jetzt ist er drin. Oh, in meiner Wohnung ist er nicht. Oh, in meiner Wohnung ist er auch nicht. Unsere Tür geht nicht auf. Warte, Junge, lass mich ran. Wie mir scheint, haben wir jetzt den Vogel gefunden. Aber bitte ruhig bleiben und nur keine Panik. Ah! Schnell, alle sofort raus! Seht ihr, meine Lehrer! Hallo, Ben. Hallo, Holly. Ein riesiger Vogel sitzt in unserem Baum. Ja, ich habe ihn zuerst gesehen. Es ist ein Specht, mein Junge. Das ist völlig korrekt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich Eure Majestät auch für Vogelkunde interessiert. Oh ja, ich bin ein Vogelbeobachter. Hier ist mein Abzeichen. Dann ist es ja sehr gut, dass ihr aufgetaucht seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Führt mich zu dem Vogel. Was für ein Glück, dass ihr hier reinschaut, Eure Majestät. Der Specht hockt in unserer Wohnung. Er baut sich ein Nest. Und bald werden da drin Eier liegen. Die werden ausgebrütet und dann wimmelt es hier nur sofort Spechtjung. Und Vogeljunge der Spechte lassen sich nur extrem selten beobachten. Fantastisch! Wenn sie schlüpfen, dann komme ich zurück und hake sie in meinem Buch ab. Jetzt heißt es handeln. Sofort, bevor der Vogel Eier gelegt hat. Das lasse ich nicht zu. Ich will doch hier die Jungen beobachten. Der Baum ist für Elfen, nicht für Spechtfamilien. Doch nistende Kreaturen dürfen nicht gestört werden. Das ist Gesetz. Seit wann? Äh, seit heute. Durch königlichen Befehl. Oh, da steht's schwarz auf weiß. Dann müssen wir gehorchen. Elfen brechen niemals das Gesetz. Und wir sind Elfen. Prächtig. Das wäre geordnet. Darf ich hierbleiben, Daddy, um mit Ben weiter nach dem Specht zu sehen? Ja, Holly. Ich muss meine Vogelbeobachtungen fortsetzen. Dam, da, di, dam, da, di, da. Da, da, di, dam, 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 di, dam. Ja, alles nett und reinlich. Oh, was ist das? Nichts weiter als Vogelfutter, Nanny. Ich versuche dadurch ein paar seltene Vögel anzulocken. Bloß nicht wegfegen. Seid ihr sicher, Eure Majestät? Nachher locken wir stattdessen eine Maus an. Sieh nur, Holly. Ah ja. Jetzt schlüpfen sie. Vogeljunge. Hallo. Ich bin Ben. Und das ist Holly. Ah. Die sind ja so süß. Hm. Die wären noch viel süßer, wären sie nicht in unserer Wohnung. Die gehen raus. Ich würde sagen, dass sie versuchen zu fliegen. Aber sie können noch nicht fliegen. Ich kann es ihnen zeigen. Feen sind nämlich richtig gut im Fliegen. Und ich bin eine Feen. Also dann, Vogeljunge. Macht mir einfach alles nach. Fliegen, das ist nämlich kinderleicht. Oh, wieso wollen sie es mir denn nicht nachmachen? Wir müssen vielleicht mit ein paar einfacheren Übungen anfangen. Wie hast du denn das Fliegen gelernt? Ich fliege ja schon lange, schon seit ich ein Baby war. Ja, also kann ich mich auch nicht mehr an meine erste Flugstunde erinnern. Hm. Dann fangen wir am besten mit Flattern an. Das geht so. Ja, sie machen es dir nach. Toll, Ben. Nun flattern wir ein bisschen schneller. Nun springt. Sie fliegen. Gut gemacht, Ben. Du hast ihnen das Fliegen beigebracht, obwohl du selbst doch gar nicht fliegen kannst. Wiedersehen, Vögelchen. Da fliegen sie hin. Lebt wohl, meine Kleinen. Oh, nun sag nur nicht, du vermisst sie schon. Nein. Mir ist nur gerade etwas ins Auge geflogen. Na, sind die Jungen denn schon geschlüpft? Dann möchte ich das gerne in meinem Buch abhaken. Sie sind schon weggeflogen, Daddy. Sie haben von mir gelernt, wie man fliegt. Oh. Die Chance, frisch geschlüpfte Spechte zu entdecken, hat ein Vogelbeobachter nur ein einziges Mal in seinem Leben. Die habt ihr verpasst. Das ist nicht fair. Nun will ich überhaupt nichts mehr beobachten. So. Hallo? König Aurickel, ich habe ein recht eigenartiges Nest in unserem Schloss entdeckt. Ein Nest? Ich bin sofort zur Stelle. Nanny. Wo ist das Nest? Es liegt in der Mitte meiner Küche. Es ist ein... Sagen Sie kein Wort, Nanny. Ich möchte als Erster die Entdeckung machen. Wow, das ist ja ein gewaltiges Nest. Und in meiner Küche kann es nicht bleiben. Nanny Plum, mein Gesetz sagt, dass nistende Kreaturen nicht gestört werden dürfen. Das ist doch eine... Ruhe, Nanny. Das ist mein Hobby, nicht ihrs. Also nenne ich den Namen. Ich sehe große glänzende Augen. Glänzende Augen? Hm, das könnte eine Knopfaugenamsel sein. Aha, das klingt doch selten. Ich sehe auch Barthaare. Barthaare? Das könnte der Weißbart-Hährling sein. Und da ist noch ein langer, geringelter Schwanz. Ein geringelter Schwanz? Der Vogel ist so selten, also den kenne ich noch nicht. Ich habe einen neuen Vogel entdeckt. Ich taufe ihn, den König Aurickelvogel. Wenn ihr das so sagt, Eure Majestät. Ich will aber den verdreckten, übel riechenden Nager nicht in meiner Küche haben. Nanny Plum, in dieser Form spricht man nicht über den König Aurickelvogel. Wir müssen ihn in Ruhe seine Eier legen lassen. Ich denke nicht, dass Ratten Eier legen. Ratten? Ah, eine Ratte! Oh, hier hausen Ratten! Verschwinde von hier! Ja, husch, husch, rausch mit dir, du verdreckte Ratte! Oh nein, Eure Majestät. Der König Aurickelvogel muss von euch die Erlaubnis bekommen, zu bleiben. Was? Euer Gesetz sagt, keine nistende Kreatur darf gestört werden. Das habe ich gesagt? Ja, Daddy. Wie, ähm, wie mir scheint, sollte das Gesetz sagen, ähm... Ich möchte einen Blick drauf werfen. Ihr seht, da steht's schwarz auf weiß. Das heißt, dass wir gar nichts dagegen tun können. Als Königin erkläre ich dieses verrückte Gesetz für aufgehoben. Und nun, jag die Ratte sofort aus meinem Schloss hinaus. Ähm, Nanny Plum, Sie sprechen Rattisch. Sagen Sie, sie soll bitte gehen. Nun, was heißt bitte gehen auf Rattisch? Oh ja. Ha! Jetzt raus aus meiner Küche! Ach, Nanny, jetzt hast du die Gefühle der Ratte verletzt. Ich denke, ich kann damit leben. Wieso muss das Stricken denn nur so schrecklich laut sein? Was? Daddy, das ist fantastisch! Die Spechtjungen sind wieder da. Nun könnt ihr sie doch noch in eurem Buch abhaken. Ah ja, erfreulich! Also ehrlich, Liebling, warum musst du nur so ein schrecklich lautes Hobby haben? Selbst ist die Fee. Herzlichen Glückwunsch, Ben! Deine Karte! Toll! Eine Weltraumrakete! Und hier ist dein Geschenk! Wahnsinn! Ein Weltraummobilier! Das haben wir selbst gebastelt! Danke, Mami! Danke, Daddy! Und nachher kommen alle deine Freunde zur großen Geburtstagsparty! Cool! Wer kann das denn sein? Hallo, Ben! Hallo, Holly! Du kommst ein bisschen früh zu meiner Party! Äh, Party? Hast du für mich eine Geburtstagskarte? Äh, Geburtstagskarte? Holly, du hast meinen Geburtstag vergessen! Ist doch so! Oh, äh, ich gratuliere dir, Ben! Danke, Holly! Ach, mir fällt ein, ich muss nochmal kurz zu Hause vorbeischauen! Oh! Wir sehen uns dann! Oje, oje, ich hab Bens Geburtstag vergessen! Milch, Zucker, Mehl und, und ein Ei! Gut, dann auf zum Backen! Hokuspokus! Nanny Plum! Nanny Plum! Ich hab Bens Geburtstag vergessen! Oh, halb so schlimm, meine Kleine! Es gibt einen neuen Geburtstag im nächsten Jahr! Nein, nein! Es ist sehr wichtig für mich! Ich muss für diesen Geburtstag etwas auf die Beine stellen! Ben ist mein bester Freund! Oh! Ich will eine Geburtstagskarte machen! Und zwar ganz schnell! Nur, wie fang ich das denn an? Was du brauchst, ist ein bisschen Zauberei! Dann geht's schon los! Ähm! Milch, Mehl, Ei und Zucker, Farbe, Pinsel, Karte und Glitter! Danke, Nanny! Also, ich beherrsche einen reizenden Spruch speziell für Geburtstagskarten! Er geht so! Hokuspokus, Plinkety Plonk! Nanny Plum! Oh! Ich werd lieber mal nachsehen, was der König will! Nanny Plum! Eure Majestät! Der Sessel ist ein bisschen hart! Sie können es mir doch bestimmt mit einem Zauberspruch schön bequem machen! Oh, König Aurickel! Wer ist denn da so faul? Ihr könntet selbst zum Zauberstab greifen! Aber er liegt so weit weg da! Na schön! Hamfy, Dampfy, Rehmein! Für den König soll's bequem sein! Oh, viel besser! Etwas Musik, bitte! Tralala, Tralaline, spiel was, süße Violine! Ah, reizend! Dankeschön! Sie können jetzt gehen, Nanny Plum! So, wo waren wir? Erste Zeile? Hokuspokus, Plinkety Plonk! Oh ja! Hokuspokus, Plinkety Plonk! Nanny Plum! Nervtötend! Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee! Ja, ja, ich komme! Da kann die Karte ja nie fertig werden! Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche! Tja, wie war Nannys Spruch? Ah ja! Hokuspokus, Plinkety Plonks! Äh, ich versuch! Macht mir eine Geburtstagskarte! Super duper flink! Es funktioniert! Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel! Beeilt euch! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit! Aus! Ihr frechen Hopps-Pinsel! Gleich hört ihr einen neuen Spruch! Der wird euch schon richtig Beine machen! Zum, hopp, zipp, Bus, 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 mehr und schneller, los! Oh, das geht nach hinten los! Oh, das geht nach hinten los! Nannys! 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 Der Tee, eure Majestät! War das alles? Ja, dankeschön! Nannys! Nannys! Hilf! Nannys! 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 Schuss! Nannys! Dankeschön, Nanny! Der Spuk ist aus! Ja! Nur leider hieß das, ich musste jeden Zauber stoppen. Im ganzen Schloss! Huhuuh! Uhuuh! Uuuh! Was ist denn mit dem Zauber passiert? Es hat ein kleines Problem in unserer Küche gegeben. Daher musste ich den totalen Feenzauberstopp über das Schloss verhängen. Für einen Tag, Eure Majestäten. Tut mir leid. Oh. Und das Wetter des kleinen Königreichs wird heute überall... Na nun, wenn Sie überall im Schloss den Zauber für heute gestoppt haben, wie kann der Fernseher dann immer noch laufen? Äh, Fernsehen ist keine Zauberei. Ach nein? Wirklich? Oh. Wenn wir heute nicht mehr zaubern können, wie komme ich denn zu einer Geburtstagskarte für Ben? Na, du könntest sie selber machen. Wirklich? Könnte ich das? Mit meiner Hilfe schon. Äh, Nanny Plum, ich fürchte, Sie haben mit der Reinigung der Küche genug zu tun. Das dauert bloß einen Moment mit meinem Feenzauberstopp. Ich denke, heute wird nicht gezaubert. Jede Zauberei wurde doch von Ihnen für einen Tag gestoppt. Oh ja. Das wird Spaß machen. Mh, das bestimmt auch. Ich denke, ich fange mit einem Bild von Ben an. Es ist ja ganz leicht, Dinge ohne Zauberei zu machen. Ja, wahnsinnig leicht. Jetzt noch viele Küsse für Ben. Und etwas funkelnden Glitter. Fertig. Großartig. Ganz verblüffend, was man alles ohne Zauberei schaffen kann. Ja, Nanny Plum. Allerdings. Jetzt beeil dich. Du kommst zu spät zu Bens Geburtstagsparty. Ben wird von der Karte bestimmt begeistert sein. Hallo, Holly. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Komm rein. Meine Karte für dich. Danke, Holly. Ben hat viele Karten bekommen, die ganz reizend sind. Ich habe meine mit Magie gemacht. Wow. Ich habe meine mit einem Computer gemacht. Hier. Oh. Ich habe meine in einem Laden gekauft. Ja, klasse. Holly, darf ich jetzt auch deine Karte haben? Äh, sie ist nicht wirklich toll. Sie entstand ohne Magie oder Computer und ich habe sie auch nicht gekauft. Äh, ich habe sie selbst gemacht. Du meinst so ganz ohne Zauberei? Wow, die ist ja fantastisch. Oh. Herzlich Glückwunsch, Ben. Oh, eigentlich stimmt es, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Das weiß ich schon. Du vergisst doch jedes Jahr meinen Geburtstag. Tue ich das? Ja, aber das macht nichts weiter. Du bist trotzdem meine beste Freundin. Heute gibt es süßen Brei zum Frühstück. Hurra! Süßen! Süßen! Tja, der Topf für den Brei ist nur leider leer. Ja, Holly, weil Daisy und Poppy nämlich heute Morgen ein bisschen Zaubern üben werden. Nanny Plum hat den beiden einen Breizauber beigebracht. Wir können's, wir können's! Ich habe ein mieses Gefühl bei der Geschichte. Nur damit das klar ist, Nanny Plum. Die Sache darf unter keinen Umständen schief gehen. Logisch, eure Majestät. Also wird es keine Wiederholung der Zaubergelee-Flut geben. Das war Gelee. Brei ist doch etwas völlig anderes. Und Daisy und Poppy haben geübt und geübt, ohne Unterlass. Topf kann, werde voll Brei sein soll. Fantastisch, Daisy und Poppy. Die zwei dürfen ja ruhig öfter Frühstück machen. Das schmeckt gar nicht schlecht. Mehr, mehr, mehr! Daisy, Poppy, Schluss damit! Mehr, 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 mehr! Eine Brei-Flut! Beenden Sie das, Nanny! Brei-Topf-Gewalt! Halt! Äh, eklig. Ich bade hier in schrecklichem süßen Brei. Danke, meine verrückten Kleinschwestern. Na, na, Holly. Du musst bedenken, Daisy und Poppy sind immer noch ziemlich klein. Und wir haben die Brei-Flut im Nu beseitigt. Ich hatte vergessen, die zwei kennen ja schon das Wörtchen mehr. Mehr, mehr! Naja, als ich ein Baby war, konnte ich als erstes das Wort Bang. Durchaus kein Wort, das ein zauberndes Baby kennen sollte. Bang. Bang! 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 Gibt Mami die Zauberstäbe. Ich bin dann weg. Meine Freunde kommen gleich und wollen mit mir spielen. Ach ja, Holly. Mami und ich haben uns gedacht, dass es lustig für dich und deine Freunde wäre, wenn ihr heute mit Daisy und Poppy spielen würdet. Was, Daddy? So hätten die Zwillinge die Chance, von euch zu lernen. Aber Mami! Hallo, Holly! Hallo, Ben. Kommst du raus spielen, Holly? Das geht nicht. Spielen können wir aber leider nicht draußen. Wieso nicht? Äh, Daisy und Poppy sind bei mir. Also müssen wir heute hier im Schlosshof spielen. Ah, die sind wirklich absolut süß. Die sind durchaus nicht süß. Zauberstab haben. Du willst den Zauberstab mal ansehen? Er glitzert so schön, nicht? Bitte sehr. Nicht, Fleur! Ein Kätzchen! Miau! Ah, ich sehe, zu deinen Freunden gehört heute auch eine kleine Katze. Miau! Äh, das ist Fleur. Sie hat Daisy ihren Zauberstab gegeben. Ich verstehe. Kein Kätzchen sei mehr. Komm als Fleur wieder her. Und welcher arme Freund ist in dieses Insekt verwandelt worden? Nein, Mami. Das ist Gaston, der Marienkäfer. Er ist so auf die Welt gekommen. Wach, wach! Ach ja, natürlich. Hallo, Gaston. Wach, wach, wach! Hört zu, Kinder. Die Zwillinge sind noch sehr klein. Also spielt bitte vorsichtig. Ja, Königin! Und die Zwillinge dürfen unseren Schlosshof auch nicht verlassen. Ja, Mami. Viel Vergnügen! Oh, deine kleinen Schwestern sind sehr ungewöhnlich. Ich weiß ja, dass sie eine Plage sind. Fleur, du solltest auf deinen Zauberstab gut aufpassen. Die Kleinen sind doch aber so schrecklich süß. Ich bin sicher, dass sie mich nicht wirklich in eine Katze verwandeln wollten. Miau, miau! Na gut, was wollen wir zuerst spielen? Wie wär's denn mal mit Verstecken? Verstecken, Verstecken! Das einzige Problem ist nur, dass die Zwillinge ja noch gar nicht zählen können. Na, dann helfe ich ihnen zählen. Ich bin nämlich richtig gut im Zählen. Sehr gut. Nun schließt eure kleinen Augen. Schnell, verstecken wir uns! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme, ob versteckt oder nicht. Oh, wo sind die Zwillinge? Daisy, Poppy, es ist viel zu gefährlich für euch so hoch zu fliegen. Ein Kätzchen! Ein Kätzchen! Seht nur, Fleur hat sich ja schon wieder in eine Katze verwandelt. Kein Kätzchen sein mehr? Komm als Fleur wieder her! Und wo sind die Zwillinge? Ähm, sie sind einfach weggeflogen. Das heißt, sie sind geflohen? Ja, und sie haben auch noch meinen Zauberstab mitgenommen. Um Gottes Willen, was sie damit für Unfug anstellen können! Keine Sorge, wir werden sie schon finden. Elfen sind gut am Finden und in solchen Sachen. Und wir sind Elfen! Gut, und wie wollt ihr die zwei nun finden? Das ist leicht. Gaston kann erschnüffeln, wo sie sind. Gaston, finde Daisy und Poppy. Meine Güte, Daisy und Poppy. Ihr seid aber weit weg vom Schloss. Wir rufen am besten gleich mal eure Eltern an. Was sind denn das für Geräusche? Das kommt eindeutig von da drüben. Ich schätze, dass wir dann meine kleinen Schwestern gefunden haben. Hopp, 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 hopp. Wow! Seht euch all diese Kaninchen an! Eins davon trägt den Hut meines Vaters. Poppy, Daisy, was habt ihr getan? Kaninchen, Kaninchen. Sie haben alle Elfen in Kaninchen verwandelt. Daisy, das war nicht lustig und auch nicht klug. Gib mir den Zauberstab. Mieze, Kätzchen! Daisy und Poppy, ich bin sicher, ihr wolltet gar nicht so. Miau! Flattervogel! Flattervogel! Puh, denkst du, das war's jetzt? Ja. Zum Glück können kleine Vögel keine Zauberstäbe halten. Miau! Ah, Barnaby und Ben. Habt ihr die Mädchen gesehen? Die Kätzchen sind Holly und Fleur. Und die Vögel sind die Zwillinge. Was? Äh, Daisy und Poppy haben versucht, ein bisschen zu zaubern. Verstehe. Und wer sind die Kaninchen? Das sind die Elfen. Na dann, fangen wir an, sie zurückzuverwandeln. Kätzchen sollen fein, wie der Feen sein. Kaninchen sollen fein, wie der Elfen sein. Vögel sollen fein, wie der Zwillinge sein. Holly, deine Aufgabe war's, auf deine kleinen Schwestern aufzupassen. Wie denn, Nanny? Die Zwillinge sind einfach unmöglich. Sie sind wirklich ein bisschen schwierig. Naja, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. So, nichts Schlimmes? Die haben uns alle in Kaninchen verwandelt. Ich weiß. Ich bin schwer beeindruckt. Das, das... Die kleinen Schätzchen scheinen richtig gute Zauberinnen zu werden. Fröschlein, Fröschlein! Die nehme ich jetzt an mich, meine Kleinen. Wir haben für heute wirklich genug Zauberei gesehen. Aber Nanny Plam, wir können sie doch nicht Frosch bleiben lassen. Können wir nicht? Nun ja, ich glaube, es geht nicht. Also gut, Holly, zaubert sie wieder zurück. Fröschlein soll fein wieder Nanny sein. Gute Nacht, meine Kleinen. Schlaft gut. Heute schlafen sie aber schön schnell ein. Wisst ihr, sie hatten einen aufregenden Tag, eure Majestät. Ich nehme mal an, das Spielen mit den großen Kindern hat sie so müde gemacht, Holly. Äh, ja, Mami, das wird's gewesen sein. Ich frage mich, was für süße Träume sie wohl haben. Tiger, Tiger, Alligator. Krokodil. Lernen macht Spaß. Mal sehen, ob auch alle da sind. Holly, Violet, Rosi und Romy. Gut, jetzt fasst euch an den Händen. Ich will ja auf dem Weg in den Wald keinen von euch verlieren. Nanny Plum, müssen wir denn unbedingt heute Naturkundeunterricht machen? Das ist so langweilig. Ja, es ist doch nichts weiter, als dass wir die Namen der Bäume lernen. Und die Pilznamen. Und die der Frösche. Na, na, Kinder. Jede junge Fee muss die Namen der Bäume und Pilze kennen. Und der Frösche? Und der Frösche. Über uns seht ihr ein hübsches Exemplar einer Beifußblume. Ben, Barnaby, Jake und Lizzie. Gut, heute haben wir Naturkundeunterricht. Folgt mir. Entschuldigung, weiser alter Elf. Wozu brauchen wir überhaupt Naturkundeunterricht? Der Grund ist, Ben, dass es wichtig für jeden jungen Elf ist, alles über die Natur zu wissen. Wer kann mir denn jetzt sagen, was das ist? Ähm, äh, äh. Ist es in irgendeiner Form eine Pflanze? Eine Wiesendistel ist die korrekte Antwort. Oh, weiter. Wie ist der Name dieser Blume? Oh, wir treffen auf eine Gruppe von Elfen. Guten Tag, Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Wir haben Naturkundeunterricht. Ja, wir auch. Lernen wir doch zusammen. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob das geht. Ich auch nicht. Der Elfen- und der Feen-Naturkundeunterricht unterscheiden sich doch erheblich voneinander. Wir lernen die Namen der Pflanzen und sowas. Und wir auch. Bitte, Nanny Plum. Können wir nicht eine große Klasse sein? Bitte erlauben Sie es, weiser alter Elf. Nun, von mir aus. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn es ein paar Kinder mehr sind. Was? Weiser alter Elf. Ihre Anwesenheit ist also nicht erforderlich. Ich, ich... Sie können Ihre Kinder wieder einsammeln, wenn mein Unterricht zu Ende ist. Ohne Zweifel gibt es einen charmanten Feennamen für diese Pflanze. Doch meine Klasse hat sie eindeutig und korrekt identifiziert. Und zwar als eine Wiesendistel. Oh, ist das nicht vielleicht Gartenschaumkraut? Oh, interessant. Oder Gartenschaumwurz? Ihr beide kennt die verrücktesten Pflanzennamen. Also solltet ihr beide den Unterricht machen. Hm, unter einer Bedingung. Ohne Zauberei. Ich mache heute Naturkundeunterricht und kein Zaubertraining. Toll. Es ist alles klar. Dann los. Seht nur. Ah, eine Eichel. Na, was wächst eines Tages aus einer Eichel? Lautet die Antwort ein Eichenbaum? Die Frage ging eigentlich an die Kinder. Ja, ja. Eichenbaum ist aber die richtige Antwort. Was der weise alte Elf gerade versucht uns zu sagen, ist, dass diese kleine Eichel wächst und zu einem großen Eichenbaum wird. Oh. Cool. Können wir sie jetzt wachsen sehen? Oh, es dauert viele, viele Jahre, bis daraus ein Baum wird. Oh. Es sei denn, es gibt magische Hilfe. Nanny Plam. Die Vereinbarung war ohne Zauberei. Ertragen sie es, in diese traurigen Kindergesichter zu blicken? Sie würden so gern sehen, wie ein Eichenbaum aus der Eichel wird. Nein. Bitte, Nanny Plam. Machen sie, dass die Eichel zu einem Baum wächst. Ja. Bitte, Nanny Plam. Ich tät's liebend gern. Es scheitert am weisen alten Elf. Bitte, weiser alter Elf. Also schön. Es wird nur ein kleiner Zauber. Abstand halten, Kinder. Höchstens ein winziges Bäumchen, bitte. Ja, ja. Blitzen soll's donnern. Nordwind blas los. Wehe zur Eiche. Groß, groß, groß. Nanny Plam. Ist das Ihre Vorstellung von einem kleinen Baum? Ähm, er ist etwas groß geworden, nicht? Ich kann ihn aber sofort kleiner machen. Nein, nein, er wird jetzt so gelassen. Gehen wir weiter. Nächstes Thema Pilze. Ah, gut. Pilze. Wer kann mir sagen, was das ist? Ein Giftpilz. Äh, ja. Korrekt. Und? Ihr solltet nie und nimmer einen Giftpilz verzehren. Denn er würde euch gefährlich... Was der weise alte Elf euch gerade zu sagen versucht, ist, dass ihr nie und nimmer einen Giftpilz essen dürft. Sonst werdet ihr gefährlich krank. Allerdings. Gut. Und ihr werdet nie und nimmer einen Giftpilz essen. Ja, weise alter Elf. Natürlich glaube ich, weise alter Elf. Sie haben Lust, darauf zu sitzen. Was? Elfen lieben es, auf Giftpilzen zu sitzen. Madame, Sie verwechseln wohl was. Es sind die Gnome, die sich auf Giftpilze hocken wollen. Elfen, Gnome, wer auch immer. Sie finden niemals einen Elf, der sich auf einen Giftpilz setzt. Hallo allerseits. Hallo Dad. Hallo Mr. Elf. Hallo Holly. Ich sehe, ihr habt meinen Lieblingsleseplatz gefunden. Ach, hierhin scheint die Sonne zu dieser Tageszeit ganz herrlich. Ähm, ja. Äh, das hier wäre ein Giftpilz, so sagte ich schon. Und ein Elf sitzt oben. Ähm, ja. Ja, und ein Elf sitzt oben. Er sieht sehr fröhlich aus. Ja, ja. Gehen wir weiter. Ja, wir haben noch Zeit für eine letzte Sache. Wiedersehen Mr. Elf. Macht's gut. Was denkst du, wird die letzte Sache sein? Ich wette, es sind Frösche. Nanny zeigt uns jedes Mal noch Frösche. Ja, sicher kommen Frösche. Wer kann erraten, was wir als nächstes beobachten? Frösche? Ja. Wir sehen jetzt noch Frösche. Ähm, ich kann leider nirgends Frösche entdecken. Nicht ein Frosch. Äußerst enttäuschend. Können wir nach Hause gehen? Gar kein Problem. Ich verwandle jemanden in einen Frosch. Kann ich bitte einen Freiwilligen haben? Kommt schon. Wer möchte ein Frosch werden? Herrje, will denn heute alles schief gehen? Tja, dann mach ich es eben selbst. Zick, zack, zosch. Mach mich zu einem Frosch. Wow. Ein gewöhnlicher Frosch. Seht nur, wie schleimig er ist. Ah. Und wie übel riechend noch dazu. Oh, das stinkt ja abscheulich. Freilich, frui. Und wie einfältig er klingt. Tja, das bringt den heutigen Naturkundeunterricht zu einem recht zufriedenstellenden Ende. Äh, Nanny Plum, Sie können sich jetzt wieder zurückverwandeln. Ich denke nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Äh, welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich, ich, ich. Na schön. Holly, tut euer Bestes. Ähm, ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt. Ähm, Frosch sei fehl jetzt. Oh, es funktioniert. Ah, danke, Holly. Ups. Tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt. Frosch sei fehl jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder, man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Ja, Nanny Plum. Faszinierend, verehrte Plum. Wenn wir nun aber zur Naturkunde zurückkehren könnten, wäre... Ja, Kinder, was der weise alte Elf zu sagen versucht, ist, dass... Damit ist der heutige Naturkundeunterricht nun... ...zu Ende. Das war der beste Naturkundeunterricht, den wir je hatten. Dankeschön, Romy. Es war einzigartig. Cool. Dankeschön, Barnaby. So, ab jetzt sollen Nanny Plum und der weise alte Elf immer Naturkunde unterrichten. Und zwar zusammen. Ähm, na ja. Hoho, nun, wenn ihr alle darauf besteht. Hurra! Wow! Hahaha! Weisbrot! Baaap! Baaap! Nada! Nee!